... ... 27. Spieltag der Fußball-Gundesliga. Hier ist die Mannschaftsaufstellung unserer Eintracht! Im Tor mit der 22 Ralf! ... mit der Nummer 4 Mike Ralf! Und zur Nummer 13, Ricardo, mit der Nummer 14, Alex, mit der Nummer 17, Marty, mit der Nummer 18, Jadis, mit der 21, Thea von Ulys, mit der Nummer 21, Marco, mit der 24, Sebastian. Und zur Nummer 27, Pyrami, mit der 31, Georgios, Mara, auf der Bank, mit der 26, Ersatzte unter Andreas, mit der Nummer 1, Alexander, mit der Nummer 7, Benjamin, mit der Nummer 10, Halimi, mit der Nummer 19, Kevin, mit der Nummer 27, Martin, Vassal, und mit der Nummer 30, Gar, unser Trainer ist Michael, Eintracht Frankfurt und HL3 wünschen endlich den langersehnten ersten Sieg der Rücken.